So, schon geht es weiter wir probieren ja 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 ja, ja 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 ja, ja 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 ja. Oh Shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, alles löste sich auf. Ja, die Realität löst sich auf. Was sollen wir tun? Verdammt, scheiße, scheiße. Ähm, komm ich hier raus? Ich, äh... Scheiße. Müssen wir aufs Foto schauen. Ich bin in San Francisco. Simpel. Sorry, San Francisco. Chloe kommt erst. Es gab auch kein Taxi zum Flughafen. Es gab auch kein Mr. Jefferson im Darkroom. Und auch kein... Oder beziehungsweise gab es doch. Aber kein Taxi mit unserem Direktor. Mr. Jefferson wurde nicht polizeilich mitgenommen. Es gab keine Galerie. Aber lebt Chloe noch? Das ist auch so eine Frage. Äh, Aluf Rumerid? Schön, dass du da bist. Oh, nein. Ich dachte, ich habe alles fixiert. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte in der Kälte sein, nicht hier. Jesus. Es ist wie, dass du wieder in meiner Klasse bist. Du bist noch immer aus. Es wäre cool, wenn du jetzt eine deiner Patenten-Selfie fielst. Eine Transformation zwischen dem alten Max und dem neuen Max. Anyway, answer my question, please. Fuck you. Eat shit and die. Fuck you. Fuck you. Yeah. Good answer. Yeah. Good answer. Find ich auch. Hey. Your nose is bleeding. Geh weg. Lass mich. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now, too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. Always. That's why I'm still here. Unser Tagebuch, da verbrannt alles. Unsere ganzen Bilder, alles hat er verbrannt. Der kleine, miese Drecksack. Und der Tornado kommt. Und der Tornado kommt. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Max, it's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. the loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. shh, 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 Quiet, Max, quiet. Scheiße, was können wir tun? Please, don't do this. I promise you, this final dose won't hurt. I promise you, no, 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 no. What? Ich versuche, diese finalen Dose wird nicht wehren. Nein! Scheiße! Fuck! Scheiße! Das ist dasselbe! Scheiße! Fuck! Oh! Was ne Lusche! Können wir denn noch was machen irgendwie? Immer ein Stück zurückspulen? Vielleicht können wir irgendwas machen dann noch? Scheiße! Fuck! Wow! Wow! Zu früh, okay? Scheiße! Gut! Ich habe immer das faschische Fuck! Jeder! Boah, das ist aber echt schwer! Ich schwume, obwohl noch weiter... Ich schwume noch weiter zurück. Ich vermisse dir. Niemand weiß mir das. Warte! Hold on! Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich will bitte dich für eine letzte... Reaktion! Oh! Du hast mich getroffen, Max! Wie kann ich dieses Gesicht verhindern? Okay, eine Frage. Turn off the lights. Some weather. One last picture. Play some music. Wenn wir Musik spielen, wird er es wahrscheinlich nicht hören, dass jemand kommt. Die Lichter aus wird er nicht machen, gehe ich von aus. Weil wenn er die Lichter ausmacht... Was... Wird jetzt nichts bringen. Some weather. Was ist mit dem Wetter? Mit dem Wetter? Brrrr... Wird er was erzählen? Blablabla. Ein letztes Foto. Ich weiß nicht. Ich schwanke zwischen... Zwischen... Letztes Foto und Musik. Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Sollen wir ein letztes Foto machen? Oder sollen wir... Das Timing macht's? Ja... Oder sollen wir noch ein bisschen... Sollen wir ein bisschen Musik spielen? Aber die Frage ist, dann kriegen wir dann trotzdem die Spritze reingejagt, wenn wir Musik spielen. Weil er es ja dann nicht hört. Oh Gott, ich... Ich hoffe das war richtig. Hey.. Das ist ein kr studiesya. Oh, ich bin ein bisschen krass! Oh, ich bin ein bisschen krass Babapap Du kleiner Wichser, du kleiner Wichser. Schießt! Schießt! Shit, das war falsch. Shit, das war falsch. Das war falsch. Weil somit geht er hinter uns und hat uns quasi als Geisel genommen. Das war total Quatsch. Turn the lights off! Hallo Schwabble, ich grüße dich. Willkommen zur letzten mehr Live-Show. Wir machen mal die Lichter aus. Mal gucken, was passiert. Aber das bringt... Ne, im Lichter aus bringt doch nichts. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Scheiße, das war zu früh. Es wird wahrscheinlich das gleiche passieren jetzt, oder? Ja, das war zu früh. Das ist scheiße. Das war... Mann! Jo, Gronkh, was geht? Alles klar? Was, Gronkh? Hallo, Ralle, ich grüße Sie. Willkommen zur Let's Play Live-Show. Was, Gronkh? Hallo, ja, mir geht's gut. Ich hoffe, die auch. Ich bin noch nicht gronkh. Eine Frage noch. Du hast mich getroffen, Max. Ich habe mich getroffen. Wie kann ich das Gesicht verhindern? So, ähm... Lights off hatten wir Musik an. Some weather? Komm, wir machen mal ein Foto. Komm. Prost. Vielleicht so spät wie möglich. Probieren wir gleich auch mal aus. Vielleicht macht er ja noch ein paar mehr Fotos als wie nur eins. Wir probieren's mal. So spät wie möglich. Nein. Nein. Nein, kann ich nicht mehr. Scheiße. Nein! Hallo? David, schau mal! Wie warst du das? Nein, nein. Timing ist hier nichts. Nein. Ich kann's nach einer Zeit nicht mehr später klicken. Das war schon so spät wie möglich. Später geht's leider. Jetzt geht gar nicht mehr. Also kann's ja eigentlich nur noch sein. Some weather. Heute kein Horror Games. Lasst euch einfach mal überraschen, was ab 22 Uhr kommt heute in der Let's Play Live-Show. Ja, ja, ja. Blablabla. Weather. Bleibt nur noch Wetter. Wetter. Also, dann... Ah, Entschuldigung, aber... Mein Kopf ist schraubt. Achso, Wasser. Water. Entschuldigung, Wasser. Genau, Wasser. Ich brauch Wasser. Ich brauch' Wasser. Ich will nicht, dass du nicht komfort sein bist. Ah, okay. Dann rückt er den Wagen zu uns. Vielleicht können wir dann was tun. Doch, die Kamera muss da liegen. Doch. Und jetzt? Können wir jetzt was tun? Brauchen wir es nicht zu Ende laufen lassen? Oh, scheiße. Ich will das nicht. Ich warte. Bitte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Nein, scheiße, fuck. Das war falsch. Scheiße, Mann, fuck. Hallo, hallo, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bäm! In die Fresse. Bäm, noch mal in die Fresse. Jawoll. In die Fresse. Mann. Boah. Weil laufen lassen ist nicht gut, Gotox. Dann wird alles schlimmer. Let's wrap up this son of a bitch first. Kennst du das Spiel Primal Cringe? Ja, noch mal in die Fresse. Jawoll. Spiel Primal Cringe ist so ein Dinos-Game. Ähm, sagt Mac gerade nichts. Aber mit Dinos ist immer cool, mit Dinos ist immer richtig geil. Mann, war das ne Geburt, auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir Chloe sichern, ja. Alle unsere Fotos hat er verbrannt, der Drecksack. Warren! Alles. Ja, ich kann das Bild von uns benutzen. Ja, Warrens Foto können wir benutzen, um... Scheiße, kein Signal. Scheiße, wir müssen raus. Verdammt, Schlüssel. Autoschlüssel. Danke, Herr Jefferson. Aber du brauchst es nicht mehr. Seine Autoschlüssel braucht er nicht mehr. Okay. Huh, würde ich sagen... Brrr, alter Schwede. Es ist ein Studio. Jefferson looks so... ...pathetic now. David Madsen ist auf der Fall. Er ist noch in der Fall. Are du okay? Look at this place. Es fühlt sich wie hell. Jefferson was going to kill me. You got here just in time. Post. I'm glad. I always suspected that son of a bitch. Son of a bitch. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. As part of his sick plans. I guess I look just as suspicious when you told principal Wells that I was harassing Kate Marsh. And I don't blame you. I'll never forgive myself for what happened to Kate. I feel like I helped push her off that roof. Kate was bullied up to that roof. But it was still Nathan and Jefferson who put her there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father's son thing going on. But Nathan killed Rachel and Jefferson had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose too. I could have stopped him and Nathan if only I wasn't so stupid. No. I should have told principal Wells Nathan had a gun and almost used it. I put the school in danger. We all make decisions we regret. But I have to admit I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. And I had all the high tech toys while you had each other. We... We are a great team. That's one of my problems. I'm not good at teamwork. Never was. Even in the service. I can't even imagine what you went through. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but... I wasn't so great. I tried to be a good father, too. But... You saw how that went. You tried. It's obvious you care. Even if your methods are... Fucked up. I know. I'm glad I stood up for you. I try not to use my service as an excuse, but... It's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe... She will be proud of you. I just want to see her safe with her mother. I promised Joyce I would go see a family counselor. And I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but... Maybe she'll stop calling me Stepdouche. So, where is Chloe? My house. Remember the battery will hit me. The battery will fit.